Ihr Mädchen von Auschwitz Ihr Mädchen von Auschwitz Und Sie merken schon, es ist wieder etwas anders geworden. Wir hatten ja im letzten Jahr Sie überrascht mit einem Theaterstück. Und wir wollen Sie in diesem Jahr überraschen mit Kunst, mit einer Installation. Ich freue mich ganz besonders, dass die Künstlerin, Raffaella Kula, heute hier nach Wolfsburg gekommen ist, von Bielefeld nach Wolfsburg, um Ihnen Ihre Installation näher zu bringen. Besonders möchte ich die Vertreter der Politik aus der Stadt und Land begrüßen und auch die Vertreter des DGBs und unserer Schwestergewerkschaften. An dieser Stelle möchte ich aber auch die Vertreter der Kirchen und Verbände in unserem Hause hier willkommen heißen. An dieser Stelle möchte ich die Vertreter der Kirchen und Verbände in diesem Jahr überrascht. Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir haben uns hier an diesem Ort versammelt, um den Opfern des Nationalsozialismus zu bedenken. Putin sitzt im Kreml, Berlin hat ein Telefonat vereinbart, aber Putin lässt Merkel warten. Er schaut aus dem Fenster und er singt. Ich bin ein kleiner Mann mit einem Fuchsgesicht, ich liebe nur mein Land und alle anderen nicht. Ich sitze im Kreml und mache was ich will und all die anderen Kremlins, die hatten dabei steht. Ich bin ein kleiner Mann mit einem Fuchsgesicht, ich bin ein kleiner Mann mit einem Fuchsgesicht. Untertitelung des ZDF, 2020